Na Paul. Das ist nur ne Facke wärs vor. Ja, ja, ich hab mich trotzdem erschreckt, weil die so gezischt hat. Ja, dann lass mal hier kurz abbauen, dann können wir vielleicht die Miene später bauen. Ja, dann wär cool. Oder warte mal, können wir ja gleich machen, baust du ja frei, dann baue ich hier ne Energiezelle hin. So. Moment. Ich baue mal hier hin. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah dran, aber dann ist es im Energiebereich. So. Und dann musst du, glaube ich, hin und hingehen und bauen mit A, Vespo. Das ist nicht ein Tool, das ist ... Ich brauche halt nur Energie, glaube ich. Genau. So, und jetzt kannst du das Ding wahrscheinlich bauen. Auch soweit. Auch soweit. Bei mir. Was fehlt denn dir? Ach, die strescht noch ein bisschen was im Weg. Nee, komm. Gut. Ah, dann ... ah, geil, okay. Der spuckt's immer aus, geil. Kann man einfach einsammeln, dann glaube ich, nach beiden Seiten. Aber sind, glaube ich, nur 700 drin, gell? Also 794 wäre das leer. Ja. Aber es ist immerhin etwas. Ja, 700 haben, nicht haben. Ich würde sagen, der sammelt für uns mit. Noch 1,30. Mhm. Wir brauchen nochmal ein Storage, ne? Ja. Ich komm mit. Nein, das will ich nicht. Ich hab echt Schiss, wenn du mal Dynamit in der Hand hast, gell, oder so. Hahaha. Dann komm ich rein, Vespo. Und dann kannst du hier die Kristalle mit A reinführen. Moment, nicht mit B. Moment. A. Und dann kannst du die da ... reintun. Auch dein Muni, glaube ich, oder? Was ist das? Storage Scraps. Ja. Und wenn du's wieder raushalten willst, dann musst du Space halten. Dann droppt das raus. Genau. Wow. So ist das Lagersystem im Spiel. Also rechts ist, glaube ich, nur Metalle und links, wenn du die Kristalle, du hast ja einen Haufen, 90 Stück, kannst du ja hier rein tun. Dann hast du wieder leer. Ja. Ja. Oh komm, Angriff. Oh. Angriff. Von drei Seiten. Geht das auch mal rüber? Oh. Man kann es rüberwerfen. Okay. Tschüss. Hm. Mach das, Claudia. Bis gleich. Wie war denn der Tag, Alex? Wie war euer Tag generell, Timo? Ich höre mit dir, wenn ich jetzt wieder das Gate aufmache, dann kommen sie. Ja, genau. Ich hab die Pflanze kaputt gemacht. Ja, das war es schon wieder. Dann bau man links wieder aus, jetzt haben wir ein Storage. Du kannst ja deine Kristalle noch rein tun. Ich schmeiße immer meine Pistole weg. Wie schmeißt du die raus? Genau, die tust du rein, genau, einfach ganz normal. Hast du dann jetzt die Steine rein, also Metall. Und links kannst du, musst du dann, achso, willst du sie rausholen? Das versteht ja jetzt mal, wie die das funktioniert hier. Die kann man trotzdem nutzen, auch wenn die da drin sind. Ja, das ist ja Storage, genau. Und dann kannst du ja auch hier zum Beispiel einsammeln. Dann haben wir auch schon wieder 50 Metall. Ja, okay. Upsa. Ich schmeiß sie immer weg. Ich darf meine Pistole nicht wegschmeißen. So. Das ist mein Danke. Ich würde mal sagen, von den Upgrade-Dingern sollten wir was machen, oder? Mach erstmal Licht hier hin, ne? Ja, okay. Müsst ja dann Licht geben, oder? Probieren wir mal aus. Ja. Wann wird's, Hela? Juhu. Dauert halt ein bisschen länger da oben, aber dann kriegt Metall raus. Dauert halt ewig. Okay, bei mir auch, aber ich müsste upgraden. Wann hast du gesagt, war das Upgrade für den Bohrer? 100? 100, ja. Ja. Ich hab 130, soll ich machen? So, mach mal. Gut. Da musst du aber mitkommen, wegen Monitor. Okay. Oder wegen der Begrenzung im Korb, weil dann... Weil wenn du jetzt zum Beispiel laufen würdest und ich bleib hier stehen, dann geht das irgendwann nicht weiter. Mhm. Da muss ich ja mal ran, weil ich ja die Hunde hat. So. Upgrade. Jetzt ist er stärker. Auf Level 3 haben wir schon. Auf Level 3 haben wir schon. Moment, dauert noch. Dann ist er aber fertig. Okay. Okay. So, jetzt müsste er auf 3 sein. Es müsste schneller sein. Jetzt können wir aber zum Beispiel die Wand hier dann auch später. Zählt das nicht nur vielleicht für deinen Bohrer? Glaub ich nicht. Das zählt für beide. Probier mal. Du kommst schon mal besser durch. Boah, das stimmt. Boah. Boah. Guck dir das mal an. Das ist total. Boah. Boah. Das geht dick. Durch Loom heizt er auch jetzt nur noch durch. Das macht das nicht. Das macht dann schon mehr Spaß in der Bohrer. Noch eine Minute. Boah. Vor allem das Grüne kratzen wir jetzt auch an, ne? Echt? Kann das Grüne jetzt auch zerstören. Okay. Auch nicht schlecht. Kommen wir eigentlich schon sauber voran. Jetzt haben wir einen Miner. Wir haben den Storage gebaut. Wir haben Licht gebaut. Somm als nächstes das Labor bauen, dass wir vielleicht bessere Waffen legen. Ja. Oder so. Ich weiß ja nicht, was du für ein Labor alles bauen kannst. Kann ich bauen. Ja, schön. Warte, dann mach ich dir noch kurz hier frei. Noch ein bisschen mehr Platz hier. Da oben mach ich das Grüne noch weg. Also Gebäude kann man nicht drehen. Okay, dann glaube ich, die bleiben fest. Moment. Ich mach hier noch frei. Steht noch was im Weg. Oder? So, jetzt warte. Jetzt bewege ich mich mal nicht. So, dann kannst du's bauen. Haha. Ist mies, wenn ich mich die ganze Zeit bewege. Haha. Oh, welcome. Angriff. Ah, die brauchen ja, bis die da sind. Ist quasi gut irgendwie. Oder es sind Erze, kann auch sein. So, stellen wir uns mal drauf. Hm. Halsius Radius. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Das hört sich doch gut an, Alex. Das hört sich doch gut an. Wir müssen mal halt aufpassen, weil das Ding schießt ja auch die Wände weg, gell? Oh, neue Gegner. Bummelis. Yeah, geschafft. Oh, unsere Patronen hier. Guck mal, die kannst du sogar zur Seite schieben, das ist ja mal cool. Cool gemacht, ja. So, gucken wir mal, was das Labo uns alles anbietet. Da sie dir aber den Vorsprung. Recycling. Schredder. Ah, okay, aber wir müssen den Schredder bauen. Weapons. Double the speed of making upgrade items. Weapons. And tools, okay. Double HP of the reactor. Lumenclumps, okay. Okay, ja. Du hast da so Lumenclumpen. Achso, was ist das? Untersuchen, oder wie? Set. Okay. Also du kannst ja wahrscheinlich nochmal neu starten, oder? Das Labor. Wahrscheinlich schon. Aber das ist ja dann eigentlich nicht das, was wir eigentlich suchen, oder? Warte mal, von den Fabriken her. Gab es doch noch die hier. Explosive. Sollen wir mal auf Explosiven Workshop bauen? Ja. Vielleicht hat der mehr Wumms auch. Oder kannst du den bauen? Nee. Warte mal, dann kann ich dir meine 60 noch geben. Reicht auch nicht. Ich hab nur 60. Ja, dann hast du aber schon mal 100. Und unser Mina hat ja oben wahrscheinlich auch was gefahren, oder? Ja. Sag mal, wie hast du gerade rausgeworfen? Äh, du wirfst mit F raus. Ich werf mit Y raus. Dann musst du aber die Items in die Hand nehmen. Ja, genau. Das ist der Bohrer. Wenn den brauchst... Ja, aber dann lass mal. Dann kannst du doch den Bohrer recyceln. Dann kriegen wir was raus. Ah, dafür brauchen wir jetzt mal so eine Recyclinganlage. Nee, ist doch hier mit A. Nee, das ist nur für was anderes. Du kriegst das... Wenn du das hast, dann kriegst du doppelt so viel raus. Aus dem Schredder. Wo ist denn wieder der Schredder? Den haben wir wahrscheinlich noch nicht, oder? Hier ist der Schredder. Kann ich schrauben. So, dann bau wir mal. Was haben wir noch? Ja, warte, dann brauchen wir wieder Energiezelle. Oder A. Hier wird es gehen. Aus. Ja, ich würde ein bisschen Luft dazwischen lassen. Also, du weißt nicht, wie Items dann rauskommen oder nicht reinkommen. Moment. Einmal Energiezelle. Weil ich habe keine... Bochmetalle. Alter, viel? Halsius, wie geht's dir? Gib mir eine Sekunde. Ich brauche nur kurz... 15... Äh, Metall. Ich baue mir einen Schredder hier oben hin, weil die Welle kommt. Achso, Welle, ja. Dafür das nächste Halboment. Dann haben wir noch das Licht. Dann bauen wir das hier hin. So, das nächste. Dann kam er da wahrscheinlich. Wo muss man da reinbauen? Moment. Okay. Gehen wir mal erstmal die Waves holen, oder? Ja. Oh, ich hänge fest. Da ist es. Wegen diesem Ding, was hier vorne auch nicht weg ist. Entschuldigung. Alles gut. So. Ich bin froh, dass wir überhaupt ein Tor haben. Ich meine, sonst hätten wir uns wahrscheinlich schon überrannt. Ja. Ja, sehr schön, Halsius. Willkommen, Willkommen. So. Spielst du das Game auch, Halsius? Wir müssen halt aufpassen, weil das Geschütz ballert auch gut weg. Weil wenn die irgendwann da oben ruhig sind, werden wir uns mal ein Zeug eingebauten. Na ja, dann müssen wir mal sammeln und neue Wand bauen, ne? Ja, genau. Gibt's ja auch noch. Muss man das einsammeln, wenn wir so rumliegen. Was haben wir? Oh, ne Kiste. Au, okay. Jetzt zurück zum Geschütz. Jo. Ich mach mal Licht. Oh, schick. Was gibt's hier? Jetzt noch eine Kiste. Na, können wir ein bisschen erforschen. Nimmst du sie? Schön. Dann können wir das noch abbauen. Hm. Wie schnell das mit dem Bohrer mittlerweile geht, Schild. Ehe, was ist das denn? Hat auch mal das Kerl gegeben. Miau. Ja, jetzt müssen wir uns halt ein bisschen außerhalb bewegen, ne? Ja, können wir hier türisch abbauen. Hier ist das ganze Metall, was wir brauchen. Nur keinen Durchbruch machen. Ja, ich baue hier nur auf. Ich bin ja noch im Bereich des Möglichen. Hm, hm. Ich weiß, was sonst passiert. Oder sonst... Schnell was. Problem. Ja, ich bin ja noch nervös. 커�io von Baue hier. Was ist auch immer nochGS?